Am 27. Juli spielen sich auf dem zweithöchsten Berg der Welt, dem K2, dramatische Szenen ab. 200 Bergsteiger machten sich laut dem österreichischen Bergsteiger Wilhelm Steindl an diesem Tag auf den Weg, darunter auch der unerfahrene pakistanische Helfer Mohamed Hassan. Ein Kameramann und Kollege von Steindl filmt die Besteigung und macht im Basiscamp beim Sichten der Aufnahme eine schockierende Entdeckung. Steindl selbst war an diesem Tag bereits wegen der gefährlichen Verhältnisse am Berg umgedreht. Zwei Lawinen waren bereits abgegangen. Die Aufnahmen zeigen, wie ein Mann den Oberkörper des im Sterben liegenden Hassan massiert, offenbar um ihn am Leben zu erhalten. Er war zuvor abgestürzt, hing eine Dreiviertelstunde kopfüber auf 8200 Metern Höhe. Steindl prangert nun im Standard die menschenverachtenden Szenen an. Über die Erzählungen von drei unterschiedlichen Augenzeugen kann ich berichten, dass der Mann noch gelebt hat, während etwa 50 Leute an ihm vorbeigestiegen sind. Steindl sagt, es habe keine organisierte Rettungsaktion gegeben, obwohl es erfahrene Bergführer am Berg gegeben hätte. Zum Teil gehen die Aussagen so weit, dass die Leute, die vom Gipfel zurückkamen, immer noch eine lebende Person angetroffen haben. Steindl suchte nach dem Drama die Witwe von Mohamed Hassan auf. Sie wird vom Arbeitgeber ihres Mannes dessen Gehalt nicht erhalten, weil er seine Arbeit nicht vollendet habe.